Wir melden uns heute wieder pünktlich zum letzten Donnerstag im Monat zu unserem neuen Buchprojekt, das wir gemeinsam mit dem EMF und gemeinsam mit euch ins Leben rufen. Ihr habt wieder die Möglichkeit für das Top-Thema dieses Kapitels abzustimmen, aber bevor wir das neue Thema einleiten, wie immer die Auswertung vom Thema davor. Und dann hat im Kapitel 7 zum Thema Urban Sketching, Quick and Flirty, aus den vier Möglichkeiten die vierte Möglichkeit mit 44%, wie vereinfache ich Situationen und Menschen. Und heute beginnen wir wieder mit unserem neuen Thema und das heißt diesmal Stilgründe. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit wieder zwischen vier Bereichen abzustimmen und der erste heißt Zeichnen im klassischen Look. Was bedeutet das? Sind das Bleistift, ist da mit Bleistift gemeint? Die Möglichkeiten sind riesig. Und der zweite Frage? Ist nicht der Klassiker, sondern vielleicht was anderes, nämlich der Cartoon. Welche Techniken, welche Motive, wie zeichne ich eigentlich ein Cartoon? Das dritte Thema ist Manga und da gibt es natürlich ganz, ganz viele Möglichkeiten, welche Stile es bei Manga gibt, welche Zeichenarten, Möglichkeiten über Möglichkeiten. Und das vierte ist der Exot unter den Zeichentechniken, das Abzeichen. Das waren jetzt die vier Themen und wem habt jetzt vier Wochen Zeit, euer Top-Thema dieses Kapitels auszusuchen. Abstimmung könnt ihr natürlich in unserem YouTube-Tab-Community. Wir freuen uns auf die Folge in vier Wochen. Bis dahin bleibt uns folgt. Schaut immer weiter fleißig in den Videos zu. Bis dann, alles Gute. Ciao, tschö.